Ich bin Bianca Merz, Hellingers Nachfolgerin. Bianca? Kommt ihr aus der Zone? Ich glaube nicht. Woher willst du das wissen? Bist du Zonenexperte? Ich bin aus Erfurt. Ihr braucht doch überall ein Visum, oder? Ist die Krawatte zu gelb? Du bist der Schönste. Du bist der schönste Arbeitslose in ganzen Liria. Da draußen ist Krieg. Vielleicht hat irgendein Kopftuchmädchen ihren Jungfrauentest nicht bestanden. Jetzt gab es eine Massenvergewaltigung oder eine Steinigung. Was ist doch hier so üblich, oder? Schau doch mal in deinen Reiseführer unter Jungfrauentest. Du sollst uns bewerten. Du wolltest mit ihr hinter meinem Rücken gemeinsame Sachen machen? Auf die Company. So, ich nehme dir gleich den offiziellen Seife beendet. It's boogie time. Er kann nicht mit Kritik umgehen. Ist das witzig. Ich habe die so geleckt. Du hast sie geleckt. Willst du mir das jetzt als Entwicklungshilfe verkaufen? Wie geht es weiter? Du hast grundlegend scheiße gelaufen. Löse raus, ja. The machine guns, ratatatatatata. What is it? The people are crazy here. People are crazy here. Wenn es was Ernstes wäre, dann hätten sie uns längst rausgeholt. Die deutsche Botschaft, oder was? Nie das Goethe-Institut, Bianca. The machine guns, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat